Wir werden dreimal nach Osnabrück gefahren und wieder zurück. Mit einer gut-tunend ist, dass ihr Leben mehr überraschtet, Anybody who will want to destroy his life, let him come to Europe. Since 2015 I came to Europe, I will be living for come to come, come to come. You know what I mean by come to come? I'm getting stabbed by the cops. Sie denken nicht, dass das mein Auto ist. Die Autorität haben ein Dashcamp-Video veröffentlicht, die schützenden Momenten, die ein Polizistiker schütteln und töten Philando Castile während dem letzten Jahr im Traffik stoppen in Minnesota. Wie ist es, dass es in Deutschland black sein wird? Manchmal sagt der alte Mann zu mir, hi Digga, bist du gut? Und wir fingen dann einfach nur an, no, no, no zu rufen, mit dem Kopf zu schütteln und mit dem Finger hin und her zu zeigen. Aber er hat es immer wieder wiederholt, also er hat nichts anderes gesagt, außer no, no, no Kopf geschüttelt und Finger zu zeigen. Hattest du durch die Mediterranean-Water gehen? Oh, mein Vater, das war gut. Sag mir mal darüber. Ja. Ich dachte immer an jeder Lade, die Leute machen, dass der größte Tag in der Vergangenheit der Vater ist. Und ich sage, das ist ein Black Dad, das ist Gott. Sie sagen, wir wollen, aber nicht Black. Wir lieben unsere Food, unsere Musik, unsere Kultur, aber sie wollen uns nicht. Und sie niemals will. Sie haben immer gesagt, dass sie nach Afrika gekommen sind und uns nach Amerika kamen. Aber wir haben uns gebaut. Wir haben uns gebaut. Wir haben uns gebaut. Was ist die erste Sache, die du denkst, wenn du hörst die Worten, Afrika? Black People. Das ist nicht so schlecht, dass sie nachfahend ist. Ich war nicht ein Mensch, das hat mein Vater zuhause. Ich wurde nachfahend durch die Systeme genommen. Ich kann nicht auf die Group auf keinen Schulden für die Gere zu bekommen. Weil es gibt die Strukturen zu helfen, dass wir uns das nicht zu bekommen haben. Weil es sich die Strukturen zu bekommen haben. In Amerika ist es öffentliche reasonable, zu fangen zu werden, zu sein, weil sie sind Black. My second question is, do you know your DNA ancestral roots? A man's life can't be measured by one picture, by one family. It takes a body of work and more members of family to get exactly the bigger picture of your own life. Here's my story.